Es muss was gehen gegen Hoffenheim zu Hause. Und am 19. zum Vorbericht zum, ja, Baden-Württemberg-Duell, sagen wir es mal so, gegen die TSG Hoffenheim. Endlich wieder am Samstag, ich glaube, da freuen wir uns alle drüber. Die TSG hat mal wieder einen Sieg feiern dürfen, letztes Spieltag. Bisschen überraschend gegen Wolfsburg, davor war der erste Saisonsieg gleichzeitig, oder letzte Saisonsieg, am allerersten Spieltag gegen Augsburg. Danach zwei Unschieden und zwei Liederlagen, also lief auch nicht so perfekt. Jetzt aber wieder einen Sieg feiern dürfen. Sebastian Hoeneß, Trainer von Hoffenheim, hat jetzt ein paar Ex-VfBler im Kader. Bicacic, der ist halt verletzt gerade. Sebastian Rudi und auch Brun Larsen, war ja auch mal kurz auf Leihbasis bei uns. Haben im Sommer auf dem Transfermarkt, ja, mehr oder minder nur ablösefrei agiert. Haben da Raum geholt, den U21-JM-Sieger. Auch Rudi ablösefrei, Stille ablösefrei und auch Richards von den Bayern ausgeliehen. Deswegen, würde ich schon sagen, interessanter Kader mit Kramaric, Samaseku, eben auch Richards oder Baumgartner. Die hatten letztes Jahr sehr viel Corona-Pech gehabt, sehr viel Corona-Ausfälle gehabt. Die Saison wirkte schon mal deutlich gefestigter. Trotzdem, aber ich glaube, mein Saisonbrück muss auch so formuliert, bin ich mir nicht sicher, wo der Weg hingeht mit der TSG. Das ist für mich immer noch kein Klub, der jetzt im Abstiegskampf ist. Nee, aber auch kein Klub, der da irgendwie oben groß mitspielen müsste, irgendwie um Euroleague und Champions League. Also irgendwo im Mittelfeldverein. Auch das Talent Rutter ist interessant, kam auch rein gegen die Wölfe nach Einwechslung. Letztes Spiel gespielt in der 4-2-3-1, taktisch. Und ja, wir sind, um es so zu formulieren, ganz klar in Zugzwang, würde ich sagen, gegen den Ex-Verein von Rino Machtarazzo. Tabellarisch ist das Duell von Platz 13 gegen Platz 9. Uns trennen drei Punkte, aber weil Hoffenheim ein besseres Torverhältnis hat, können wir es ja wohl normalerweise in der Sicht nicht überholen. Also wir können auf die kleinen Punktzahl kommen, auch auf acht Punkte kommen, aber überholen werden wir es ja nicht am Samstag. Klubs um uns herum, würde ich sagen, wenn man sich mal reinguckt, haben auch recht schwierige Aufgaben vor sich. Können auch, glaube ich, nicht so, nicht in den meisten Spielen mit vielen Punkten rechnen, da was so um uns herum passiert. Vor uns haben wir nach der TSG eben die Länderspielpause. Deswegen auch nochmal wichtig, da jetzt mit einem guten Gefühl reinzugehen. Dann eben Gladbach auswärts und Union zu Hause und Hoffenheim hat nach der Pause den 1. FC Köln zu Hause vor der Brust und dann dürfen sie nach München. Was uns ganz klar Hoffnung machen kann, würde ich wieder aus statistischer Sicht sagen, ist die Historie gegen die TSG, weil die ist echt gut. Zehn Siege, sieben Unschieden und sechs Niederlagen, also auf jeden Fall positiv. Auch zu Hause vor einem Top 6 Heimsiege, drei Unschieden und nur zwei Niederlagen haben wir da gegen die TSG. Letzte Saison haben wir auch nicht verloren. Das 3 zu 3, das Minute von Kempf in Hoffenheim und eben noch aktueller das 2 zu 0, der Heimsieg gegen die TSG in letzter Saison. Also es gibt ganz klar statistisch schlechtere Gegner. Gegen die TSG schlagen wir uns normalerweise recht gut. Was jetzt im Startelf-Tipp natürlich ein bisschen schade ist, dass die PK erst morgen stattfindet, am Freitag erst. Da schreibe ich vielleicht was in die Kommis, wenn sich irgendwas an einem Startelf-Tipp verändert, was ich eben heute noch nicht weiß. Irgendwer hat sich auszusehen doch noch im Training verletzt oder sowas. So Geschichten. Frage ist da nach Förster. Ich tippe auch mal, dass der nicht wieder fit sein wird gegen die TSG. Sonst haben wir auch nichts groß Dramatisches mehr, was in Richtung Startelf geht. Also klar, man muss die Seon, solche Kandidaten noch. Aber sonst halt nur die ganz großen Langzeitverletzten mit Silas und Sascha eben. Ich kehre auch im Startelf-Tipp zur 3er-Kette zurück. Jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen taktischen Gründen, whatever. Nur ich habe ganz simpel keinen Bock auf eine 4er-Kette. Ich habe da einfach schlechte Erfahrungen mit. Ich will die nicht sehen. Müller, oder habe die irgendwie bei mir negativ im Kopf abgespeichert, die 4er-Kette. So ist es, glaube ich, besser. Müller ist logisch drin. Ebenso kehrt für mich Kempf zurück da hinten drin. Und eben auch Anton und Dinos. Ganz klare Geschichte. Und weil ich ein bisschen am strugglen bin, wen ich da auf die 10 packen will, gibt es wieder Carasso und Endo im Mittelfeld. Ich weiß selber nicht, ob es so perfekt ist, ob man nicht vielleicht wieder Endo und Mangalat sich einspielen lassen sollte. Aber einfach wirklich aus Planungsunsicherheit, was ich da auf der 10 mache, stelle ich Carasso und Endo nebeneinander. Mangalat rückt deswegen wieder nach vorne. Wie auch schon gegen Leverkusen. Sosa bleibt links. Vielleicht eine Mini-Chance, dass ich da mal was tue, dass er seine Pause bekommt. Ähnlich wie Kempf in Bochum. Aber dann müsste er ja irgendwie, keine Ahnung, einen Tommy da hinschicken oder was auch immer. Ich glaube nicht drauf. Vielleicht auch Mola. Vielleicht bekommt der mal seinen Einsatz. Aber auch von der Bank kam der noch nicht rein. Also ich glaube schon, dass Sosa auf links bleiben wird. Nun ist eben auch die Frage, ob die Puste reicht. Und ob vielleicht auch dieser Überraschungseffekt ganz geil war in Bochum von Führig. Aber auch da, Alternativlosigkeit, ich bringe Führig auf rechts. Neben Mangala dann vorne, stelle ich wieder Kodibali auf. Da mir Klimawitschmeider leider nicht gefallen hat in Bochum. Und dann ganz vorne, böse gesagt wieder, wegen Alternativlosigkeit, kommt Mammusch. Weil Al-Ghadoui war es auch nicht unbedingt in Bochum. Und wenn ich mir den Rest so angucke, was von der Bank kommt oder kommen kann, Tommy, Didavi, Massimo, Klement, sehe ich alle nicht in der Startelf. Deswegen sieht die so aus, wie es jetzt hier aussieht. Also Prognose gegen die TSG läuft es ja wirklich normalerweise ziemlich gut. Und das soll es auch langsam mal am Samstag. Ich wiederhole mich da, uns wird mal wieder ein Sieg guttun. Bei uns ist der erste Sieg auch das erste Spiel gewesen gegen Fürth. Ähnlich wie bei Hoffenheim, die jetzt letzte Woche dann wieder ihren zweiten Sieg nachgelegt haben. Dazu ist es eben auch ein Heimspiel. Das kommt auch noch dazu. Klar, die haben jetzt die Wölfe geschlagen. Aber da muss was gehen. Also es muss was gehen gegen Hoffenheim zu Hause. Auch wenn es natürlich alles andere als einfach wird. Also Hoffenheim, wie gesagt, ist vom Gefühl ein bisschen gefestigter als letztes Jahr. Ja auch vom Kader her nicht komplett beschissen aufgestellt. Überhaupt nicht. Aber gut, gegen wen gerade wird es denn bitte auch schon einfacher in unserer Situation? So, da könnte ich das vom Bochumer Keeper aufnehmen, was er letzte Woche gesagt hat, zu unserem Spiel gegen Bochum. Aus Bochumer Sicht natürlich. In die Richtung von wenn schon gegen den schwächelnden VfB. Nicht zu Hause gegen wen wollen wir denn sonst gewinnen. Der war ein bisschen angepisst, dass sie den Sieg nicht mitgenommen haben, die Bochumer. Und ähnlich ist es auch hier. Also wir haben keinen Gegner aus der Zeit, doof gesagt, Fürth vielleicht. Keine Ahnung. Aber selbst in Bochum war es ja nicht einfach genug, dass man da mal einen Sieg mitnimmt. Deswegen, wir haben sowieso gerade, auch wenn man guckt, Gladbach, Union, alles was da kommt, und kann es überall sagen, ja, vielleicht ist was drin, aber einfach wird es nicht. Das kannst du jetzt überall sagen. Bin natürlich wieder im Stadion, ganz leiche Geschichte, und erhofft mir da einfach einen engen 2-1-Sieg. Es ist wieder ein klassischer Ergebnistipp bei mir gerade, aber ich sehe halt gerade irgendwie die Möglichkeit auf Kanter-Siege. Und auch wenn wir jetzt den Bochum die 0 gehalten haben, machen wir das ja normalerweise auch nicht. Deswegen passt mir da ein 2-1 immer ganz gut rein. Und wie immer natürlich die ganzen Tipps, der gesamte Spieler getippt neben mir, auch wieder wie immer genauso auch in der Kick-Tipp-Runde getippt von mir und so zu sehen für euch, wenn er da reinkommt in die Runde. Da lief es jetzt die letzten 1-2-Spiele, glaube ich, gar nicht mal so schlecht bei mir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Am Anfang waren nicht so top, jetzt die letzten beiden waren, glaube ich, ganz in Ordnung. Und da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020